25 Sobald er die Nachricht losgeschickt hatte, sah er nach, ob Rune noch am Leben war und musste mit leichter Besorgnis zusehen, wie einer der Männer in hohem Bogen durch die Luft flog. Der Kerl landete auf dem Kopf und kippte zur Seite, wie ein Sack Kartoffeln. Den verbleibenden Mann packte Rune und rammte ihn mit dem Gesicht in die Flanke des Pickups. Dann kamen die Hiebe, Magenschwinger, Kinnhaken, Prügel in die Leistengegend. Runes Fäuste waren kontrollierte, tödliche Waffen, und er setzte sie ein, als wäre sein Repertoire an Angriffs- und Verteidigungsschlägen unerschöpflich und das reinste Kinderspiel. Der Kartoffelsack rappelte sich auf und wankte auf wackeligen Beinen zurück zum Ort des Geschehens. Sein torkelnder Gang ließ er ahnen, dass er besser in die andere Richtung gegangen wäre. Überhaupt nicht witzig war allerdings das Messer in seiner Hand. Saxton schlug mit der Faust gegen die Heckscheibe. Dann hangelte er sich zur Fahrertür, stieß sie auf und sprang raus. Rune hatte sich der Sache bereits angenommen. Er sah sich flüchtig nach dem herannahenden Menschen um und wandte sich wieder seinem aktuellen Opfer zu. Er verdrehte ihm den Arm und drückte den Unterarm gegen die hohe, harte Kante der Pritsche. Die Knochen brachen auf der Stelle, und Rune war klug genug, ihm den Mund zuzuhalten und seinen Schrei zu ersticken. Dann warf er ihn beiseite, wie ein Stück Schrott, und drehte sich um. Er war nicht ansatzweise außer Atem. Und er war auch nicht mehr der Vampir, mit dem Saxton eben noch gegessen hatte. So viel stand fest. Seine Augen wirkten kalt und merkwürdig stumpf, als hätten seine Wärme und schüchterne Freundlichkeit das Ruder an einen Serienkiller abgetreten. Tatsächlich zeigte seine Miene keinerlei Regung. Sein Gesicht war eine starre Maske. Keine Spur mehr von den Zügen, die Sexten bei den französischen Köstlichkeiten und Kerzenlicht so gut gefallen hatten. Der Mensch mit der Klinge stolperte ran und zog eine Spur aus hellroten Blutstropfen im Schnee hinter sich her. Seine Angriffslust und Wut überstiegen sichtlich seine Kompetenz. Und man sah schon jetzt, dass es kein gutes Ende für ihn nehmen würde. Und genau so war es auch. Ruhn überwältigte ihn in Sekunden schneller. Er packte die Hand mit dem Messer und drehte den Menschen um, sodass auch er mit dem Kopf seitlich gegen den Truck schlug. Und schon lag das Messer im Schnee. Im nächsten Moment folgte der Mensch. Ruhn drückte ihn zu Boden, stieg auf seinen Rücken und umfasste seinen Kopf von beiden Seiten. Er würde ihm den Hals verdrehen, bis das Genick brach. Sexten sah es glasklar vor sich. Nein! Er stürzte vorwärts. Hör auf, Ruhn! Als er Sextens Stimme hörte, erstarrte er zur Salzsäule. Nichts an ihm bewegte sich, obwohl er drauf und dran war, jemandem den Garaus zu machen. Lass ihn los! Wir können hier keine Polizei brauchen. Außerdem könnte es jede Menge Zuschauer geben. Sexten schielte zu den Fenstern über dem Restaurant. Komm, wir müssen verschwinden! Die Vorhänge im ersten Stock waren noch immer zugezogen. Und auch in den Häusern neben dem Premier war es dunkel. Doch es brauchte nur ein paar neugierige Augen. Aufmerksam gemacht durch ein merkwürdiges Geräusch. Und sie hätten jede Menge Ärger. Sexten berührte Ruhn an der Schulter. Komm mit mir! Unglaublich! Der Kerl war kein bisschen aus der Puste. Die Menschen keuchten vor Anstrengung und Schmerz. Ihr Atem quoll in weißen Wolken aus ihren Mündern, wie Dampf aus alten Loks. Doch Ruhn war wie ein Roboter. Eine mechanische Konstruktion, die keinen Sauerstoff brauchte. Ruhn, sieh mich an! Der Mensch, den er in der Mangel hatte, wandte sich, grunzte, bettelte. Sein grobschlechtiges Gesicht war rot wie eine Leuchtreklame. Ruhn! Der Vampir drehte den Kopf und richtete seinen stumpfen Blick auf Sexten, dem die Kälte bis in die Knochen fuhr. Wer hätte geahnt, dass ein Dämon hinter dieser sanften, zurückhaltende Erscheinung steckte? Ruhn war wie verwandelt. Wie aus dem Nichts erschienen Rage und Vicious auf dem Parkplatz. Beide in Kampfmantur. Schwarzen Lederhosen und Jacken, bestückt mit einem ganzen Arsenal an Waffen. Ihre überraschten Gesichter konnte Sexten nur allzu gut verstehen. Rage trat vor und sprach Ruhn an. Hey, mein Sohn! Was ist denn hier los? Der Mensch in eisernem Griff des Vampirs rang um Atem. Zwischen seinen schiefen Zähnen lief Speichel und Blut hervor. Doch Ruhn nahm keine Notiz davon. Rage ging in die Hocke und redete leise auf ihn ein, während Vicious sich von hinten näherte. Geh zur Seite, Hollywood, sagte der Bruder. Genug geplaudert. Nach einem kurzen Moment nickte Rage und Vicious trat in Aktion. Er stellte sich hinter Ruhn, griff ihm unter die Arme und riss ihn nach hinten weg, sodass er den Menschen losließ. Der landete mit dem Gesicht voraus im Schnee und prallte zurück, sodass Sexten an einen Teller denken musste, der auf den Boden fiel. Ruhn wurde auf dem Hintern von ihm weggezerrt. Jetzt begann er zu schnaufen. Als wäre ein Bann gebrochen, holte Ruhn in tiefen Zügen Luft und riss die Hände vors Gesicht. Ein erstickter Laut drang aus seiner Kehle. Sexten trat zurück, während die Brüder die stolpernden Menschen zu ihrem Truck abführten, den sie um die Ecke geparkt hatten. Es war gut möglich, dass Erinnerungen aus ihren Kurzzeitgedächtnissen getilgt wurden. Was Sexten nicht wollte? Die Menschen sollten sich ruhig fürchten und Minnie in Frieden lassen. Doch im Moment hatte er andere Sorgen. Mit benommenem Blick sah Ruhn zu ihm auf. Ich wollte nicht, dass du diesen Teil von mir siehst, flüsterte er. Sexten blickte auf ihn hinab und hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Ungefähr 20 Minuten später verließ Sexten den Schauplatz und dematerialisierte sich zum... Tja, Moment, wohin gleich wieder? Er betrachtete die Kiefern um sich rum und staunte, dass ihm der Sprung überhaupt gelungen war. Ja, richtig. Er war bei Minnies Farmhaus. Er ging durch den Schnee zur Tür und stellte fest, dass er seine Halbschuhe ruinierte. Aber das war ihm egal. Zu seiner Erleichterung wurde ihm geöffnet, noch bevor er die Stufen erreicht hatte. Die Vampiren, die in der Tür stand, kannte er von dem Porträt im Salon. Eine jüngere Version von Minnie. Nur größer und ohne Lachfalten. Minianas Enkelin war schlank und hatte langes, glattes, dunkles Haar. In Jeans und Sweatshirt wirkte sie leger, bis man ihre hellen Augen sah. Sie war eine kluge, fürsorgliche Vampirin. Sexten mochte sie auf Anhieb. Hallo, sagte sie. Willkommen. Ich bin Minnies Enkelin und heiße ebenfalls Miniana. Doch man nennt mich Anna. Sexten ging auf sie zu und versuchte, sich auf den Zweck seines Besuchs zu besinnen. Auf seinen Job. Seine Wirklichkeit. Es fiel ihm schwer. Er hatte noch immer Runes maskenhaftes Gesicht vor Augen und konnte sich kaum auf was anderes konzentrieren. Es gelang ihm einfach nicht, den Gewaltausbruch, den er hautnah miterlebt hatte, mit dem sanften Vampir zu vereinbaren, den er kennen und schätzen gelernt hatte. Ich bin Sexten, sagte er, trat auf die Stufen zu und verbeugte sich tief. Es ist mir eine Ehre, Ihnen und Ihrer Großmamen behilflich zu sein. Ich danke Ihnen vielmals. Die Vampirin senkte die Stimme. Das alles ist ein einziger Albtraum. Wir werden diese Angelegenheit regeln, versicherte er ihr genauso leise. Oh, da sind Sie ja, Minnie. Er trat in den Salon und lächelte die alte Dame an, die in einem Sessel saß. Wie geht's Ihnen? Es geht mir gut. Danke. Minnie schielte zu Anna. Aber ich verstehe nicht, warum ich das Haus verlassen soll. Was ist geschehen? Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Sexten setzte sich neben ihr auf ein Sofa. Wie abgesprochen, habe ich die Menschen aufgesucht und mit ihnen geredet. Ich möchte sie nicht beunruhigen, aber es kam zu einer, wie soll ich sagen, einer kleinen Auseinandersetzung. Oder besser gesagt, Rune hat einen der Wachmänner niedergestreckt. Mit bloßen Händen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sind wir der Meinung, sie sollten für ein paar Nächte zu ihrer Enkelin ziehen. Ich kann das Haus nicht unbeaufsichtigt lassen. Mistress Miana schüttelte den Kopf. Ihre Augen wirkten besorgt und traurig. Ich habe sonst nichts auf dieser Welt. Was, was, wenn sie... Ich könnte hier bleiben, bot er an. Wenn sie sich Sorgen machen, wäre es mir ein Vergnügen, in einem der Gästezimmer oder hier oben auf dem Sofa zu schlafen. Dann können sie sicher sein, dass in ihrer Abwesenheit für Ordnung gesorgt ist. Minnie sah Anna an und die Enkelin stieg sofort darauf ein. Sei vernünftig, Großmam. Komm mit in die Stadt. Das ist ein großzügiges Angebot von Sexton. Äußerst großzügig. Miniana richtete den Blick auf den Anwalt. Das kann ich nicht von Ihnen verlangen. Das haben Sie auch nicht, Madame. Wenn es Ihnen Frieden verschafft, ist das für mich Bezahlung genug. Außerdem war es nicht so, dass er dadurch sein eigenes Heim vernachlässigte. Eher eine Hotelsuite in Höhenlage. Anadra zum Sessel ihrer Großmamen und ging daneben in die Knie. Bitte, das geht jetzt schon so lange. Ich bin so erschöpft, weil ich nicht schlafen kann. Und bei all dem, was in den nächsten Wochen bevorsteht. Bitte, ich bitte dich. Komm. Minis hängende Schultern waren Antwort genug. In Ordnung. Wenn es sein muss. Gute Entscheidung. Sexton erhob sich. Nun, vielleicht gibt es ein paar Dinge, die Sie mitnehmen wollen. Wenn es viel zu transportieren gibt, bestelle ich einen Wagen. Fritz hatte zwar alle Hände voll zu tun mit der Bruderschaft, aber es gab nichts, was der Doggen lieber tat, als ein Problem zu lösen. Komm, Großmam. Packen wir deine Sachen. Aber ich könnte doch an den Abenden kurz vorbeikommen und hier duschen und mich umziehen. Großmam. Minis erhob sich aus dem Sessel und sah sich um. Mit ihrem weißen Haar und dem losen Kleid, ähnlich dem von letzter Nacht, sah man ihr die Jahre an. Sie war nicht einfach nur alt. Sie war erschöpft und entmutigt. Ich fürchte, wenn ich gehe, komme ich nie mehr zurück. Das stimmt nicht, sagte Anna. Dieses Haus wird immer dein Zuhause sein. Du willst, dass ich zu dir ziehe? Natürlich will ich das. Aber du gehst doch nicht endgültig fort. Hier geht's um deine Sicherheit, nicht darum, dass du gebrechlich wärst und nicht allein zurechtkämst. Natürlich kehrst du zurück, wenn du das willst. Es kostete sie noch etwas Überredung. Doch dann gingen die beiden in den ersten Stock. Als sie fort waren, holte Sexton sein Handy raus und rief den Butler an, damit er einen Wagen schickte. Dann fluchte er. Er musste die ganze Nacht arbeiten. Doch er hatte versprochen, auf das Haus aufzupassen. Wie aufs Stichwort klingelte sein Handy und er ging ran, ohne nachzusehen, wer ihn anrief. Hallo? Im ersten Moment herrschte Stille. Dann sagte Rune, es tut mir so leid. Sexton schloss die Augen. Geht es dir gut? Ja, ich bin unverletzt. Bist du der, für den ich dich gehalten hab? fügte Sexton in Gedanken hinzu. Wo bist du? fragte er stattdessen. Im Auto. Auf dem Rückweg zum Anwesen der Bruderschaft. Es tut mir leid, dass ich ohne ein weiteres Wort gegangen bin. Aber ich hatte Angst, es könnte einen Vergeltungsschlag gegen Minnie geben. Ich bin jetzt bei ihr. Sie zieht vorübergehend zu ihrer Enkelin, sobald sie ihre Sachen gepackt hat. Gut. Das ist sehr gut. Es entstand eine Pause. Doch gerade als Sexton versuchen wollte, sein Geht es dir gut? umzuformulieren, sagte Rune. Hör zu, ich möchte dir die Sache erklären. Ich weiß, du bist schockiert. Aber ich bin nicht so. Ich meine, ein Teil von mir schon. Aber er holte Tiefluft. Ich bin sehr gut in einer Sache, die ich hasse. Und ich habe dieses Talent einige Jahre für meine Familie eingesetzt. Doch so bin ich nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr sein. Das ist Vergangenheit. Es bleibt eine Sache der Vergangenheit. Sexton dachte an den Vampir, der ihm an dem kleinen Tisch im Bistro gegenüber gesessen hatte. Der so achtsam gewesen war, als er Dinge aß, die er zwar nicht aussprechen konnte, die ihm aber umso besser schmeckten. Der so verlegen versucht hatte, Eskargots zu essen, wobei ihm eine entglitten und davongeschossen war. Der an weißem Wein genippt und das zarte Glas gehalten hatte, als fürchtete er, der Stiel könne abbrechen. Dann dachte er an den Liebhaber, der ihn in der Küche genommen hatte. Er war leidenschaftlich, aber nicht wütend. Doch bisweilen lag nur ein schmaler Grat dazwischen. Letztlich musste er sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Könntest du mir einen Gefallen tun? Aber sicher, was immer du willst. Kannst du zu Mini kommen? Wir müssen ihre Sachen in die Stadt bringen. Sie und ihre Enkelin können sich dematerialisieren. Aber für ihr Gepäck brauchen wir ein Auto. Bin schon unterwegs. Dann bis gleich. Danke. Ja. Sexton nahm das Handy vom Ohr, legte auf und starrte es an. Alles in Ordnung, erkundigte sich Anna, die soeben die Stufen runterkam. Ja. Alles gut. Ist das alles? Nur dieser Koffer? Da wäre noch die Reisetasche, Toilettenartikel und ein paar Bilder von meinem Großvater, die sie mitnehmen möchte. Perfekt. Sexton stand auf und lief in dem kleinen Salon umher. Schließlich blieb er vor dem Kamin mit den weißblauen Fliesen stehen. Er dachte daran, wie groß die Liebe gewesen sein musste, die diese Kunstwerke über den großen, gefährlichen Ozean gebracht hatte und merkte, wie sehr er sich diese Kraft, die so viel Wärme und Stabilität spendete, für sein eigenes Leben wünschte. Aber es war nicht einfach, den Mut zu finden, sich erneut zu öffnen. Denn es ging immer mit einem gewissen Risiko einher. Sicher, es wurde belohnt, doch die Chancen waren gering. Merkwürdig, dass ihm das gerade jetzt durch den Kopf ging, während er über Rune nachdachte. Er räusperte sich und sagte, könnten Sie mir die Alarmanlage erklären? Ich arbeite nachts, aber wenn er losgeht, kann ich auf der Stelle hier sein und Verstärkung mitbringen. Aber sicher, die Steuerung befindet sich in der Küche. Sie gingen dorthin und während Anna ihm diverse Codes, Handynummern und ihre Adresse notierte, saß Sexton sich um. Er bemerkte, dass eine der Lampen in der Decke defekt war und der Hahn der Spüle tropfte. Außerdem verursachte der Wind ein pfeifendes Geräusch an der Hintertür, die vermutlich auf eine Veranda führte. Wahrscheinlich musste die Isolation erneuert werden. Zwei Jahre war es her, dass Minis Haran in den Schleier eingegangen war, wenn er sich recht entsann. Wäre er handwerklich begabt gewesen, hätte er ihr geholfen. Ich sehe noch schnell nach, ob unten im Gästebereich alles in Ordnung ist. Anna ging auf eine Tür zu, die vermutlich in den Keller führte. Sie möchte sich versichern, dass es ihnen an nichts fehlt und sie sich als Gast wohlfühlen. Aber ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren und riskieren, dass sie es sich wieder anders überlegt. Ich werde zurechtkommen. Ich bin gleich zurück. Eine Minute später kam Minnie und schlüpfte in einen Brombeerfarbenen Mantel. Als sie die offene Kellertür sah, wurde sie verlegen. Oh, ich muss nachsehen, ob... Anna kam die Treppe hoch. Alles in Ordnung, Großmam. Komm, lass uns gehen. Minnie sah sich um, als bräche ihr der Abschied das Herz. Ich, ähm... Sie schielte zu Sexton. Ihr Freund ist herzlich eingeladen, auch hier zu bleiben. Sexton verbarg seine Verlegenheit hinter einer Verbeugung. Das ist sehr freundlich von ihnen. Es dauerte noch mal zehn Minuten, um die alte Vampirin aus ihrem Heim zu buxieren. Doch dann traten sie und ihre Enkelin durch die Tür zur Garage und dematerialisierten sich von dort aus. Sexton blieb allein zurück. Er ging zurück zur Küche, zog seinen Mantel aus und schaltete die Kaffeemaschine an. Als es anfing zu blubbern und zu zischen, holte er einen Becher aus dem Schrank. Dann einen zweiten. Schließlich setzte er sich an den runden Tisch in der Essnische. Schon merkwürdig, wie jedes Haus seinen eigenen Geruch hatte. Seine eigene Sprache bestehend aus knarzenden und ächzenden Geräuschen. Seinen einmaligen Charakter. Er blickte sich um. Dies hier war ein Ort der alten Tradition und ein Schrein für eine vergangene Liebe. Doch Verfall und Alter hatten ihre Spuren hinterlassen und bekundeten auf traurige Weise, wie erbarmungslos das Leben voranschritt, während die verbleibende Hälfte eines glücklichen Paares verzweifelt damit rang, die Last für zwei zu tragen. Er dachte an Blay und ihre gemeinsame Zeit. Und er war noch immer in Gedanken versunken, als ein Wagen vor dem Haus hielt. Rune, dachte er, stand auf und ging zur Tür. Oder der zwielichtige Bauunternehmer hatte Verstärkungen geschickt. Beide Vorstellungen verursachten bei ihm gleichermaßen Herzklopfen. mal. wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020